Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rackers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem eindringlichen Appell für schärfere Klimaschutzmaßnahmen hat der Weltklimarat heute seinen zusammenfassenden Bericht vorgestellt. Demnach ist das 1,5-Grad-Ziel, zu dem sich die Weltgemeinschaft 2015 in Paris verpflichtet hat, kaum noch zu halten. Es sei wahrscheinlich, dass die Erderwärmung bereits bis 2035 diese Marke überschreitet. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten sogar 2,8 Grad erreicht werden. Wie sich der Weltklimarat zusammensetzt und was seine Aufgabe ist, dazu zunächst ein Überblick. Der Weltklimarat setzt sich aus drei Arbeitsgruppen zusammen. Die erste wertet wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel aus. Die zweite schaut auf die Folgen der Erderwärmung und wie Natur und Gesellschaft sich anpassen können. Und die dritte zeigt, wie die Erderwärmung begrenzt werden kann. In diesen Arbeitsgruppen sitzen führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Etwa aus den Bereichen Klima- und Meeresforschung, Statistik, Ökonomie und Gesundheit. Für jeden Bericht werden sie neu ausgewählt. Ihre Aufgabe ist es, vorhandene, bereits begutachtete Zahlen, Fakten und Studien zusammenzufassen, zu bewerten und einzuordnen. Die Arbeitsgruppen haben ihren Bericht bereits im August 2021 und im Februar und April 2022 vorgestellt. Jetzt folgt der Synthesebericht, die Zusammenfassung. Der Blick auf die Berge rund um Davos zeigt ein Schweizer Panorama, wie es schöner kaum sein könnte. Tatsächlich aber sind nur die Gipfelschnee bedeckt, die Täler braun und schneefrei. Das beunruhigt Klimaforscher Christoph Marti. Seine Studien zeigen, Anfang März liegen hier nur 30 Zentimeter Schnee, statt einem Meter, wie sonst zu dieser Jahreszeit. Wenn man das vergleicht mit dem langjährigen Mittel, dann sehen wir eigentlich, dass wir in Davos, aber auch in anderen Stationen noch nie so wenig Schnee gehabt haben, wie jetzt. Es fehlen Niederschläge, wie der letzte Winter eindrücklich gezeigt hat. Der Klimawandel beschleunigt sich die Lage ernst. In den Klimakonferenzen, die jetzt kommen, müssen die Länder dieser Welt sich verbindlich auf wirklich dann auch harte Maßnahmen einigen, um die Ziele umzusetzen, die schon da sind, um gegebenenfalls auch Ziele nachzuvollziehen. Das kann nur gemeinsam im gemeinsamen Nach-Vorne-Schreiten funktionieren. Und dafür bietet der Bericht wichtige wissenschaftliche Grundlagen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen warnt. Die Menschheit steht auf dünnem Eis. Und dieses Eis schmilzt schnell. Wie der Bericht des IPCC heute zeigt, ist die Menschheit verantwortlich für die Erderwärmung der letzten 200 Jahre. Unsere Welt braucht Klimamaßnahmen auf allen Fronten. Alles, überall und so schnell wie möglich. Die Befürchtung des IPCC, das Leben auf der Erde wird für kommende Generationen unberechenbarer und gefährlicher, wenn die Regierungen der Welt die klimaschädlichen Emissionen nicht drastisch senken. Das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung wird ansonsten bereits in den 2030er-Jahren überschritten. Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen reichten nicht aus, so der Bericht des Weltklimarats. Der Kieler Klimaforscher Mojiblativ mahnt schon lange, sieht ein Versagen der Weltpolitik. Was also sind die Konsequenzen? Der Weltklimarat sagt ganz deutlich, dass es jetzt auf dieses Jahrzehnt ankommt. Wenn wir es nicht schaffen, das heißt, wenn die Welt es nicht schafft, in diesem Jahrzehnt die Treibhausgasemission deutlich zu senken und dann bis zur Mitte des Jahrhunderts auf Null bringt, werden wir höchstwahrscheinlich das Pariser Klimaabkommen nicht mehr einhalten können. Der Bericht stellt aber auch fest, noch sei Zeit, dass die Menschheit umsteuern kann. Und der Kampf gegen die Erderwärmung könnte dann auch die Wirtschaft ankurbeln und Gesundheitsschäden verringern. Nach der gestrigen Notübernahme der Schweizer Credit Suisse durch die Großbank UBS hat sich die Lage an den Finanzmärkten wieder stabilisiert. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz das entschlossene Handeln der Schweizer Regierung begrüßt. EZB-Präsidentin Lagarde sagte, die Banken der Eurozone seien widerstandsfähig und robust. Man beobachte das Marktgeschehen genau und sei, wenn nötig, bereit zu reagieren. An der Börse in Frankfurt geraten die Bankaktien am Morgen unter Druck, bevor sie sich im Tagesverlauf erholen. Der DAX schließt im Plus. Die Finanzmärkte scheinen am Abend die Position der Regierung zu teilen. Gesetzgeber und Bankenaufsicht in Europa haben aus der weltweiten Finanzkrise des Jahres 2008 gelernt und die Bankenregulierung erheblich verschärft. Das deutsche Bankensystem ist daher gut aufgestellt. Doch gut 15 Jahre nach der letzten Finanzkrise gibt es anlässlich der Credit Suisse-Übernahme Stimmen, die das Bankensystem grundsätzlich als nicht sicher ansehen. Es gibt keinen konkreten Anlass zur Sorge jetzt in Deutschland. Aber insgesamt ist dieses Finanzsystem instabil. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir uns jetzt überhaupt damit beschäftigen, was in anderen Ländern passiert, weil es da Ansteckungsgefahren gibt. Die Befürchtung mancher Experten, Bankkunden könnten durch panisches Geldabheben eine Bank überhaupt erst in Schieflage bringen. Bei den deutschen Banken realisieren wir, dass ja doch durchaus einige Finanzinstitutionen große Abschreibungen, große Verluste gemacht haben. Und diese Sorge um Banken kann zu sogenannten selbsterfüllenden Erwartungen führen. Also, dass das, was man Sorge hat, dass es eintritt, eben dazu führt, dass Investoren, Sparerinnen und Sparer ihr Geld abziehen und damit diese Krise auslösen. Ohne das Vertrauen, dass die eigene Bank auch morgen noch zahlungsfähig ist, funktioniert kein Finanzsystem. Und das mühsam zurückgekehrte Vertrauen ist schnell wieder verloren. Der chinesische Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin haben bei einem Treffen im Kreml ihre strategische Partnerschaft betont. Xi bleibt drei Tage in Moskau. Ein Thema der Gespräche ist der Krieg in der Ukraine. Peking hat einen Friedensplan vorgelegt, den der Westen allerdings skeptisch betrachtet. Außerdem wollen China und Russland ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen. Ein Staatsbesuch, auf den die Welt schaut. Ankunft von Chinas Präsident Xi Jinping am Moskauer Flughafen Lnukovo. Sein erster Russlandbesuch seit vier Jahren und eine Reise im Schatten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Putin mit Xi am Tisch vor dem Kamin. Russlands Präsident lobt den chinesischen Friedensplan zu Ukraine, schaut Xi dabei aber kaum in die Augen. Er weiß, dass Russland auf China angewiesen ist. China nutzt die schwierige Situation aktiv aus, um Russland noch stärker an sich zu binden. Wie wir aus Statistiken sehen, erhält Russland über China einen Teil der Technologieimporte, die es von westlichen Partnern nicht mehr bekommen kann. Am Morgen hatten beide Präsidenten in russischen und chinesischen Zeitungen Namensartikel veröffentlicht. Xi schreibt in der Rassiskaia Gazeta über Freundschaft und Partnerschaft, den chinesischen Friedensplan für die Ukraine erwähnt er nur sehr allgemein. Wir sind überzeugt, dass ein vernünftiger Ausweg aus der Ukraine-Krise gefunden wird, wenn sich alle vom Konzept einer umfassenden und stabilen Sicherheit leiten lassen und den Dialog gleichberechtigt, umsichtig und pragmatisch fortsetzen. Putin und Xi trafen sich viereinhalb Stunden im Kreml zu informellen Gesprächen. Dabei wollte Putin Xi seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine erläutern. Russland und China verbinden im aktuellen geopolitischen Ringen gemeinsame Ziele. Beide stellen sich gegen westliche Demokratien. Und beide wollen den Einfluss der USA in der Welt begrenzen. Die Europäische Union will möglichst schnell eine Million Arterriegeschosse an die Ukraine liefern und stellt dafür zwei Milliarden Euro bereit. Ein Teil der Munition soll aus Beständen der Mitgliedstaaten kommen, der Rest neu produziert werden. Dabei verständigte sich Deutschland mit 16 weiteren EU-Staaten und Norwegen erstmals auf ein gemeinsames Beschaffungsverfahren. Verteidigungsminister Pistorius sagte in Brüssel, so werde die Marktmacht Europas gebündelt. Die umstrittene Rentenreform in Frankreich ist offiziell beschlossen. Zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung und ihr Vorhaben sind am Abend im Parlament gescheitert. Die Oppositionsparteien wollen jetzt prüfen lassen, ob das Gesetz verfassungskonform ist. Außerdem sollen die landesweiten Proteste fortgesetzt werden. Vorgesehen ist unter anderem, dass das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre angehoben wird. Vor der Abstimmung, die Reihen der Opposition sind geschlossen. Anspannung seit dem Nachmittag. In der Assemblée nationale wird abgestimmt über die Misstrauensanträge gegen die Regierung und ihr umstrittenes Rentengesetz. Die Nationalversammlung als Repräsentant des Volkes hat nicht über dieses Gesetz abstimmen können. Ausgedünnt die Regierungsreihen, die Premierministerin auf einsamen Posten, ihre politische Zukunft steht auf dem Spiel. Denken wir lieber an die Interessen des Landes, anstatt diese Reform zu blockieren. Dann das Ergebnis, abgelehnt. Es fehlten nur neun Stimmen. Ein äußerst knappes Ergebnis. Damit ist das umstrittene Gesetz verabschiedet, doch die Wut und die Ablehnung im Land wachsen. Seit Tagen kommt es zu Demonstrationen und Ausschreitungen und ein Ende ist nicht in Sicht. Und damit zu Sabine Rau in Paris. Wie ist das Ergebnis der Abstimmung einzuschätzen? Ja, das ist ein Schock für die Regierung Macron. Denn das Ergebnis ist deutlich knapper als erwartet. Und selbst wenn die Regierung das Misstrauensvotum jetzt überstanden hat, sie ist nach dem heutigen Tag entschieden geschwächt. Präsident Macron hat mit seinem umstrittenen Vorgehen zur Durchsetzung seiner Rentenreform das Land in eine ernsthafte politische Krise gestürzt. Der Protest auf der Straße geht weiter, jetzt erst recht. Und die Gewerkschaften haben neue landesweite Demonstrationen schon für diesen Donnerstag angekündigt. Vielen Dank, Sabine Rau in Paris. Sechs Wochen nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei warten weiter Hunderttausende Menschen auf Hilfe. Die EU lud heute zu einer Geberkonferenz ein. Dabei kamen sieben Milliarden Euro an Hilfsgeldern zusammen. Das habe die Erwartungen übertroffen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Wie groß die Schäden immer noch sind, zeigt sich zum Beispiel in der türkischen Stadt Adeyaman. Dort harren die Überlebenden immer noch in Zelten aus. Kälte und Regen machen ihnen derzeit am meisten zu schaffen. Die Zelte, in denen sie seit sechs Wochen leben, sind klamm und zum Teil durchnässt. Viele hier warten darauf, in eine der Containerstädte umzuziehen. Wir haben uns in eine Liste eingetragen, aber nichts bekommen. Also bleiben wir in den Zelten, wo es reinregnet, von überall kommt Wasser rein. Ein großes Problem sei die Hygiene im Lager, erzählen die Frauen. Es gibt keine Toiletten oder Waschmöglichkeiten, alles ist improvisiert. Die Menschen fühlen sich alleine gelassen. Was ist das für ein Staat? Warum kommt der Ortsvorsteher hier nicht mal vorbei? Weder der Ortsvorsteher ist gekommen, noch der Bürgermeister oder irgendein Abgeordneter. Die Zelte stehen in der Nähe ihrer ehemaligen Häuser. Viele sind beschädigt und einsturzgefährdet. Von ehemals knapp 700.000 Einwohnern sollen nur noch 100.000 Menschen in Adeyaman ausharren. Der Rest hat die Stadt verlassen. Am Stadtrand haben sie ihre Toten begraben. Mehr als 6.000 sollen es hier nach offiziellen Angaben sein. Schmerz und Verzweiflung sind allgegenwärtig. Im Zeltlager verteilen am Nachmittag freiwillige warmes Essen an die Bewohner. Diese hoffen, dass der Wiederaufbau bald startet und sie nach all dem Erlebten etwas zur Ruhe kommen können. Rentnerinnen und Rentner erhalten zum 1. Juli mehr Geld. Wie Arbeitsminister Heil mitteilte, steigen die Altersbezüge in Westdeutschland um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Das Plus wird aber nicht reichen, um die aktuell hohe Inflation voll auszugleichen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums werden mit der Rentenerhöhung ein Jahr früher als geplant gleich hohe Rentenwerte in West und Ost erreicht. Gewalt, Vernachlässigung und sexueller Missbrauch waren in den Kinderheimen und Jugendwerkhöfen der DDR weit verbreitet. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Studie der Universität Leipzig, für die 273 ehemalige Heimbewohner befragt wurden. Viele litten bis heute unter Spätfolgen der Misshandlungen, so die Wissenschaftler. Zwischen 1949 und 1989 lebten etwa 500.000 Kinder und Jugendliche in den DDR-Einrichtungen. Sieben Jahre seines Lebens musste Alexander Müller in verschiedenen Kinderheimen und Jugendwerkhöfen der DDR verbringen. Seine Familie kritisierte das Regime, deshalb wollte der Staat ihn umerziehen. Elf Jahre war er alt, als er in das erste Heim kam. Die privaten Klamotten wurden eingezogen, man bekam solche Heimklamotten dort und so. Man war reduziert praktisch nur noch auf eine Nummer. Man hat so eine Wäschenummer gehabt. Bei mir war es die Nummer 22 beispielsweise, also war ich die Nummer 22. Und das prägt einen auch ein Stück. In den Jugendwerkhöfen der DDR war Zwangsarbeit an der Tagesordnung. Im Rahmen der Studie erzählen viele Betroffene von körperlicher Misshandlung und auch von sexuellem Missbrauch. Die Aufarbeitung sei für Opfer aus unterschiedlichen Motiven wichtig, so die Forschergruppe. Für manche ist es einfach die Anerkennung des Unrechts. Das ist was, was man ganz häufig hört, dass sie sagen, ich will einfach, dass niemand mehr sagt, so ganz ohne Grund wirst du nicht im Jugendverkauf gewesen sein oder sowas. Und viele Menschen wissen auch gar nicht, was dort wirklich passiert ist zum Teil, also dass das gehört wird. Mehr als 40.000 Betroffene wurden bislang entschädigt, darunter auch Alexander Müller. Doch die Summe sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, kritisiert er. Deswegen fordert er weitere Entschädigungen für seine Zwangsarbeit. Das Unrecht der DDR-Jugendwerkhöfe, es schmerzt viele Betroffene bis heute. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. März. Atlantische Tiefausläufer bestimmen unser Wetter, nur der Süden liegt weiter unter Hochdruckeinfluss. Dort ist es heute Nacht teilweise aufgelockert, im Südwesten auch klar. Im Norden und in der Mitte bringen viele Wolken zum Teil leichten Regen. Morgen im Tagesverlauf dann von Westen her öfter Regen oder Schauer. Im Süden ist es zum Teil freundlich, ganz im Süden auch sonnig. In der Nacht am Niederrhein noch neun, im Allgäu null Grad. Morgen Höchstwerte von acht Grad an der nordfriesischen Küste bis 19 Grad am Kaiserstuhl. Am Mittwoch im Süden zum Teil noch länger Sonnenschein, sonst von Nordwesten her dichte Wolken mit Regen. Am Donnerstag verbreitet Regen oder Schauer, im Norden auch einzelne Gewitter. Freitag wird es insgesamt wechselhaft, dabei sind auch Sturmböen möglich. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karim Joska gehen wir der Frage nach, ob die Notübernahme der Credit Suisse eine weitergehende Bankenkrise verhindert. Außerdem berichten wir über den Munitionsmangel der ukrainischen Armee. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Untertitelung des ZDF.